Pardon, eine tatsächliche Berichtigung wurde gemeldet durch den Mandatar Peter Pilz von der Liste jetzt. So, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Vorrednerin hat behauptet, ich hätte im Untersuchungsausschuss Beamte und Beamtinnen dieser Republik zum Amtsmissbrauch angestiftet. Ich stelle folgendes fest. Erstens, das entspricht nicht den Tatsachen. Zweitens, das ist der Vorwurf einer strafbaren Handlung und verwirklicht damit alle Tatbestandsmerkmale der Verleumdung. Das ist der zweite Fall, dass das von Seiten der ÖVP mir gegenüber passiert. Ich werde mir drittens das Protokoll kommen lassen und den Fall Nehammer und den Fall, der jetzt passiert ist, morgen meinem Anwalt zur Übergabe einer Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts der Verleumdung an der Staatsanwaltschaft Wien übergeben. Ich lasse mir das von Ihnen nicht mehr bieten. Ich lasse mir das von Ihnen nicht mehr bieten. Ich lasse mir das von Ihnen nicht mehr bieten.